Hey Leute, willkommen zu diesem Tutorial. Heute zeige ich euch, wie wir mehrere Texturen pro Block machen können, beziehungsweise wie wir eben bestimmte Seiten von einem Block in bestimmten Farben oder mit bestimmten Texturen versehen können. Und zwar habe ich mir da erstmal den TutBlock 2 gemacht. An sich ist das ein ganz normaler Block. Der hat eben die TutBlock 2 Klasse, wo nichts drin steht, bis auf eben das Material. Also das ist einfach wie man einen Block erstellt, das sollten die meisten schon kennen. Deswegen habe ich das jetzt hier nicht nochmal gemacht. Wenn nicht, einfach das Video nochmal anschauen, wie wir einen Block erstellen. War das fünfte, sechste Video in dieser Reihe. Das solltet ihr, denke ich, finden. Playlist ist eh immer in der Beschreibung verlinkt. Das heißt, da sollte man schon wieder drauf kommen, wenn man das noch braucht. Ja, ich habe diesen Ding jetzt gemacht, habe auch die Game, die Client Proxy schon alles fertig gemacht. Das heißt, einfach das eingetragen, wie wir das auch für einen normalen Block gemacht haben. Nur jetzt fehlen eben noch diese ganzen Model-Dateien. Und zwar machen wir zum ersten Mal eine Blockstase. Da kopieren wir uns einfach die TutBlock und nennen die dann TutBlock 2. Die wird schon direkt richtig genannt. Und dann schreiben wir einfach TutBlock 2 dahinter. Mehr müssen wir jetzt hier drin nicht machen. Bei Items sieht es an sich genauso aus. Kopieren, TutBlock 2. Nochmal öffnen und hier noch TutBlock 2 hinterschreiben. Das war es auch schon. Aber die wichtige ist jetzt eben diese Klasse. Die kopieren wir uns auch einfach mal. Drücken OK. Aber wir lassen das jetzt nicht so drin stehen, was hier drin steht. Und zwar diese TutBlock 2 Klasse im Models.Block Package. Gibt nämlich an, auf welcher Seite die Texturen sind. Wenn man All angibt, wird alles mit dieser Textur, die man hier angibt, belegt. Dann gibt es aber zum Beispiel bei Akazialog. Das ist einmal das sogenannte End und einmal die Side. Das ist eben beim Akazialog eben diese zwei Enden. Und dann der komplette Rest, die anderen vier Seiten, werden eben dann hier belegt. Das kann man nämlich hernehmen, da die natürlich, unser Block nicht drehbar ist, beziehungsweise eben nicht gedreht werden kann, weil wir das nicht einprogrammiert haben, wird man dann dieses Ende und diese Seiten immer auf bestimmten Seiten haben. Deswegen macht das nicht so viel Sinn für uns, wenn wir das nicht mit drehenden Blöcken machen. Das werde ich aber auch noch zeigen, wie wir das machen können, wenn wir die Blöcke drehen können, beziehungsweise an sich eigene Logs zum Beispiel machen können. Was dann noch zum Beispiel wichtig sein könnte, wäre Top und Bottom und Side. Das heißt, unten, oben und man gibt den kompletten Rest, also die Seiten noch an. Das ist an sich so ähnlich aufgebaut, eben wie das andere, nur eben hier nochmal genau deklariert, dass es der Top und der Bottom ist und eben die Seiten dieser anderen Textur. Bei der Wolle ist es einfach ganz normal. Und Crafting Table ist auch noch wichtig, beziehungsweise was eben drin steht, denn hier können wir nämlich genau angeben, was wo sein soll. Wir können Down, Up, North, East, South, West angeben. Das heißt, wir können genau angeben, wo etwas sein soll. Wir werden uns diese Methode nicht einnehmen, weil da bräuchte ich ein paar viele Texturen, weil ich das sonst in meiner anderen Textur machen würde. Deswegen werden wir uns einfach mal an diese Birch Stair ranwagen und werden uns einfach das rauskopieren. Und ja, dann fügen wir einfach mal das, was wir hier drin haben, ein. Machen wir hier Autocomplete und das können wir raushauen. So, den Pfad kopiere ich mir jedoch, denn wir werden jetzt auf den Seiten trotzdem die alte Textur, die wir noch haben, hernehmen, denn ich habe nicht so viele Texturen gemacht. Aber wir haben hier auch die Todblock 2 Textur drin, die wird dann eben für oben und unten hergenommen werden. Das heißt, an sich können wir das hier reinkopieren und eben noch eine 2 hinten dran hängen. Und dann haben wir jetzt angegeben, dass oben und unten eben, wo hat es das jetzt weggelöscht, oben und unten eben die 2er Textur ist, das heißt diese komische schwarze Textur, an den Seiten eben die Todblock Textur, wie wir sie schon kennen. An sich haben wir dieses JSON Zeug jetzt an sich fertig. Wir können das einmal ausprobieren und ich würde sagen, das machen wir auch direkt. Bis gleich. So, was mir jetzt noch gerade aufgefallen ist, was ich gerade falsch gemacht habe, ist, dass es hier wichtig ist, was wir hier machen. Wir haben ja Cube reingeschrieben, das geht natürlich nicht, weil wenn wir Cube angeben, müssen wir genau diese Sachen definieren. Down, Up, North, South, West, East. Wenn wir jetzt hier nur Bottom und Top angeben und Side machen wir, machen wir Bottom, Top. Dann können wir nämlich Hashtag Side, Bottom, Top angeben. Bei Column sehen wir, kann man Side und End angeben. Bei Directional kann man auch schauen, kann man Down, Up, North, West, East, South und so weiter angeben. Mirrored ist an sich das gleiche, nur dass der Cube eben gedreht ist, beziehungsweise gespiegelt. Und Cube Top, da gibt man zum Beispiel Side und Top an. Das ist natürlich jetzt ein kleiner Fail von mir gewesen. Ich hoffe, es haben noch nicht so viele falsch gemacht. Auf jeden Fall, wenn wir das jetzt hier haben wollen, was wir wollen, das heißt, mit Bottom, Top, Side müssen wir Bottom, Unterstrich, Top machen. Denn wir wollen ja aus dieser Datei extenden. Dann gehen wir nochmal Minecraft. Ich weiß nicht, ob das mit dem Reload so geht. F3R, F3T. Mal schauen. Ob er die Models... Ja, und er reloadet die Models. Sehr gut. Das heißt, wir sehen jetzt hier schon, haben wir unseren Block, hat oben auch hier schon die Textur, die wir angegeben haben. Eben diese Block 2er Textur an den Seiten normale. Und wir sehen, wenn wir ihn hinsetzen, hat er die auch. Unten hat er dann wieder die Textur, die er auch oben hat. Das heißt, wir haben jetzt einen Block, der zum Beispiel oben die gleiche Textur hat. Oben und unten, aber eben an den Seiten unterschiedliche. Und da ist eben wichtig, was man hier auswählt, um eben das gewünschte Ergebnis zu erzielen. Und ja, das war es dann für dieses kleine Tutorial mit diesen JSON-Dateien. Und ja, sie sind zum Glück deutlich einfacher geworden, finde ich, als in der 1.9. Und ja, das macht eigentlich nicht unbedingt... Also für zum Beispiel Stairs ist es noch immer nervig, weil da braucht man doch immer vier JSON-Dateien. Und für Slaps glaube ich fünf. Also das ist nicht schön. Aber so für normale Blöcke macht das echt Bock. Da kann man relativ einfach, vor allem auch mit Texture-Packs, relativ coole Models damit erstellen. Deswegen, ja, ist eigentlich eine ganz gute Idee, wenn man jetzt sich nicht so mit Programmierungssachen auseinandersetzen möchte. Und ja, das war es dann für dieses Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst euch gerne eine Bewertung da. Und ja, dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin, haut rein. Ciao.